Was jetzt? Du Schlaueier! Okay, ich wusste nicht, dass hier was draufkommt. Ich war nicht hier oben. Ich hatte es doch schon! Mach mal rein. Wer geht hier hoch? Ist da auch was? Warten wir da oben, war doch was. Ah, ey, wir müssen das Laser mit unseren beiden Portalen irgendwie umändern. Ja, danke, Jan, dass du es auch gesehen hast. Nur wohin? Nur wohin? Oh mein Gott, warte, ich muss rüber. Du musst da eins machen und da eins machen. Mach mal. Ja. Bereit? Mach mal jetzt, Zings, den Ventilator zu. Warte, 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 jetzt. Gooooooo, ja. Warte, ich lass den Schloss, vielleicht legst du da irgendwie rein. Nein, ich hab doch schon bemerkt das Dings. Ach so. Jetzt mach mal dein Dings. Du musst sagen, wo lang. Äh, es geht nicht durch die Wand, scheiße. Weiter, 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 hier zu mir. Mach ein Portal auf. Mach ein Portal auf. Hier drinnen kann ich auf keine Fläche ein Portal machen. Du konntest doch da vorhin ein Portal aufmachen. Warte, ich kann... In die Wand, genau, und gegenüber von dem Dings. Doch, jetzt kann ich, warte. Gegenüber, guck mal, gegenüber. Genau. Komm, 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 Jan, bisschen tiefer, tiefer. Tiefer geht nicht, Mann. Nein. Doch, leg hin! Ah, fuck. Nein. Ich hab mein Portal jetzt auch geobachtet und, äh... Warte. Warte. Kannst du dein Portal nicht irgendwie tiefer machen? Nein, ich hab schon versucht, ich kann's noch tiefer machen. Und WTF, das geht nicht durch das Portal, aber egal. Egal, scheiße. Kannst du dein Dardes, äh, Dings nicht tiefer machen? Tiefer? Au! Jetzt. Du hast ausgeschaltet, komm zu mir zurück. Komm zu mir, da ist jetzt komplett aus. Warte. Wie bist du denn gesprungen? Von der Dings hier? Genau da, und, äh, da runter, genau. Ah, Uli, 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 Uli. Pfff. Die Team ist da. So, jetzt komm. Hm? So, okay. Go. Boah. Alter, Alter, Alter. Boah, das hat uns viel zu lang gebraucht, Alter. Aber ey, das ist geil, das wird immer schwieriger. Insert Disc. Okay, find nur ein Disc. Hier ist die Disc. Ist jung. Faktische. Sehr gut, ihr habt die wertlosen Pläne gefunden. Ihr müsst hier bleiben, damit ich sie sehen kann. Und nicht vergessen, es gibt überhaupt keinen Grund, dass ihr sie euch anseht. Fertig, denke ich jedenfalls. Ich habe nicht so... So eine Bitch. Wir müssen irgendwie aus ihren Händen raus. Sie hat irgendeinen Plan und will, dass wir es für sie erledigen. Ja. Ja. Was ihr da glaubt zu tun, aber es gefällt mir nicht. Hört auf damit. Ich darf euch wohl nicht außerhalb offizieller Teststrecken lassen. Ihr nehmt schlechte menschliche Eigenschaften an. Und glaubt, ihr habt nur eine gute Eigenschaft. Ja, ich weiß schon. Dann... Wir müssen. Wir müssen. Barty, lass dein Portal offen. Haha. Instant geknackt. Alle, alle. Boah, Kopfschmerzen. Wie viel Uhr ist das, Can? Ich muss vielleicht gleich raus. 20 nach 7. Okay. Menschen erschaffen und dann aufgegeben. Okay. Wie so oft schaffen sie etwas Wundervolles und lassen es dann fallen. Laufen wir hier auf dem Weg schneller. Laufen wir hier auf dem Weg schneller? Diese Strecke Aufgaben zu tödlich. Diese Aufgabe ist so tödlich, gut zu wissen. Ohhhh. Ohhhh. Instant gelöst, ke? Ja. Ah! Ich wäre fast runter gelaufen. Pass auf, Alter. Warte, müssen wir jetzt weiter oder hier runter? Hier runter, hier runter. Komm. Ah, du Bitch. Wir müssen das weiter auch machen. Guck mal, guck mal. Siehst du? Ja, sehr schlau. Mach mal das. Nur wie kriegen wir das da hin? Ja, aber wohin? Kannst du da ein Loch machen? Nein. Nee. Mach mal tiefer. Ach so, tiefer geht's. Ich warte. Warte. Nur da geht einer und da geht einer. Hm. Warte mal. Wir sind doch voll bescheuert. Du, ich hab das. Ja. Wollte ich gerade machen, Alter. Du machst es da und... Das ist ein Portal. Das ist meiner, gell? Ja. Wow, sehr schlau. Ja. Wow, sehr schlau, gell? Ja. Alle. Okay. Okay. Okay, guck mal. Das hat nichts damit zu tun, Alter. Das ist falsch gewesen gerade. Da ist ein... Da ist ein... Da ist ein Dings. Da ist ein Dings. Auf diesen Flächen können wir. Ja, okay. Da ist ein Dings. Und da ist ein Dings. Äh... Laufweg. Genau. Das ist meiner. Ja. Junge! Du Wichse! Ich hab das dahin gemacht, damit wir da... Ja! Hilft so sehr! Ja! Ey, guck mal wie das aussieht! Ey, guck mal wie das aussieht! Dankeschön! Jetzt... Jetzt musst du dasselbe nochmal für mich machen! Nein! Mach dein erstes da hin! Nein! Ja! Das war schon richtig, Mann! Du vollpfosten! Mach doch dein Ziel da hin! Du vollpfosten! Mach doch dein Ziel da hin! Go! Da oben! du bist ein vollpfosten mann guck mal gehen wir jetzt da drauf warte ich mach das so zur seite gehen wir jetzt drauf weil wenn wir da jetzt springen dann wird uns löst es sich auf das bedeutet du musst jetzt genau stellen stein nein nein was sollen wir da du bist doch da den knopf drücken ich weiß immerhin gehen auf die plattform guck mal von da aus schießt du jetzt einen einen hin damit deaktivierst du meins junge ich hab das doch schon gehabt ich hab doch schon den weg war nein mach mal hör doch mal hör mal auf mich mach das jetzt ja eins dahin und jetzt dahin eins oder warte macht das eine hier und wenn du wenn ich sprung machst du denn da hin ok jetzt genau was jetzt du schlaueier ok ich wusste nicht dass hier was drauf kommt ich war nicht hier oben ich hatte es doch schon mach da eins und da eins also lass mich wieder drauf wenn wir da springen unsere dings lösen sich auf das ist das problem ja nämlich das habe ich gar nicht gesehen alter Pfosten das habe ich doch die ganze Zeit gemacht was machst du alter haben haben wir jetzt einen ball ja wir haben jetzt einen ball so jetzt lass mich wieder drauf oh shit du musstest den ball war fuck mach mal wieder dings aaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhh Komm schon Okay, der ist da Der Ball stand doch die ganze Zeit da Nein, warte! Was? Warte Wie gibst du's mir am besten? Guck, du hättest da ein Dings aktivieren können Oh, fuck Okay, warte, der Ball ist da Ich springe nämlich gerade nach Ich mach den Portal dann da hinten, mach Go Lim Go Seid ihr schon auf die eine gute Eigenschaft der Menschen gekommen? Ich gebe euch einen Tipp Es ist die eine Sache, die ihr nicht könnt Und das ist was jetzt? Das ist die eine Sache, die wir nicht können Ja 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 Ja